Wir kommen zum Bussimulator 21 Next Stop. Wir sind noch mit der Hauptmission beschäftigt und müssen Greenwood auf Level 2 bringen. Und ich hätte gern... Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Ich möchte fahren. Ah, nur Zug. Und ich hätte gern 4 Sterne. Oh. Das waren mindestens 4 Sterne. Oh, sorry. Es ist gar nicht so einfach, ein Fahrzeug zu fahren, wo man vor der Lenkung sitzt. Guten Tag. Meine Fachkarte, bitte. Gerne. Bitte schön. Danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach... Und ich habe schon mal etwas memorall. Ich habe eben und ich habe viel Fahrzeug zu fahren. Ja. Das war sehr schön. Dann ist halt Profil. Das wurde schon raus. Ich habe den Fahrzeug zu fahren. Jeden schluss. Ich habe den Weg zu gehen. Das war die Schnellschmerzen. Aber ich habe den Weg zu gehen. Ich habe jeden Tag in der Schmerzen ist nicht gut. Ich habe den Weg zu fahren. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stehen, nachdem er sich bei den ganzen Kusszähnen den Kiefer verringt hat. Loll. Ich möchte keine Augen. Ein Küssen mit dem Kiefer verringt, hab ich auch nicht. nicht gehört ich habe meine katze gesagt die seltsamen leute aussehen die behaupten auch gut und 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 Ich habe keine Fahrkarte bekommen, außer ich werde dich nicht erwischt. Ja, wenn es das laut rumscheißt, wirst du wohl erwischt. Der Tim und Eier sind vor allem medida. Es machen wir nämlich nicht die Fallen über dein Filmeck. Normaler, einfacher, dreimal, bitteschön. ... ... ... ... ... ... Nicht stört, genau. Und eine einfache Fahrt einmal, bitteschön. Zu viel Süßes. Bitteschön. 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 Ja, ich höre dir zu. Und das mit den Eiern stimmt. Ich bin gelernter Bäcker. Wow. Das ist ja richtig gut. Fast 90 Prozent. Wenn man fluffigen Rührkuchen haben will, reicht es nicht aus. Nur frische Eier zu haben. Sondern man muss das Eiweiß von den Eiern vom Eigelb trennen. Dann rührt man ganz normal mit dem Eigelb sein Rührteich an. Und dann schlägt man das Eiweiß zum Schaum und arbeitet das in den Rührteich ein. Und dann ab in den Ofen und dann hat man einen richtig fluffigen Kuh. Viele machen das nicht und rühren komplett die ganzen Eier ein. Und dann beuntern sie sich, dass der Kuchen nach zwei Tagen wie Krümel, feste Krümel. Aber blöd gesagt. Total trocken. Jetzt habe ich es. Es ist dann total trocken und fest. Wenn er euch fragt, warum ich beim Fahrspurwechsel nicht blinke, weil beim Zahltag wird das abgezogen und dann steht dann jedes Mal blinken beim geradeausfahren und gibt Minuspunkte. Deswegen blinke ich nicht bei Fahrspurwechsel. Also ich versuche es. Manchmal denke ich nicht dran und blink trotzdem. So. Wir müssen hier rechts. So. Wir müssen hier rechts. Oh, das war zu weit. Sorry Leute. Oh, das war zu weit. Das war's für heute. Lass die nicht vorbei. Ich hoffe es doch. Ich hätte es nicht rein müssen, ich hätte angehalten. Wir haben noch drei Minuten. Bleib bitte stehen, danke. Ein bisschen Karte. Ich habe mir eine Katze gesagt, die seltsam Leute aussehen, die behaupten, ihre Hunde würden sie verstehen. Nein! Otto! Also der Bremsweg ist schon heftig. Wenn dann vor einer einer aufploppt, hat man keine Chance zum Stehen zu kommen. Bitte nicht. Wenn ich heute Abend dem Lotto gewinne, kaufe ich mir eine wunderschöne Villa in Lakeside View. Ja, dann drücke ich mal die Daumen. Gibst du mir was dran ab? Obwohl nötig haben wir es nicht. Wir haben hier schon mehr als zwei Millionen angesammelt. Egal was in der Zukunft hier auf uns zukommt, wir haben genügend Geldpuffer. Es wäre schön, wenn halt das Leveln sich von den Gebieten nicht immer so hinziehen würde. Meine Katze hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Das macht meine Katze nicht. Das ist so eine kleine Knuddelmaus und Schlafmütze. Ja Leute, was wird denn das jetzt hier? Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchtturm. Ich hab gehört, der soll im Dunkeln fantastisch aussehen. Pfff, ah! Missed. wenn man einmal nicht aufpasst ich habe gedacht wir kommen vorbei aber leider nicht so bitteschön 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 ja war das jetzt gut oder schlecht das ist auf jeden fall schlecht meine tochter hat mich gefragt, was sich an Seelöwen am meisten machen den Fischschwanz, den Löwenhoff oder die Pfoten sie stellte sich wie Meerjungfrauen vor normale, darkes Kattel, einmal bitteschön danke ich brauche einige Fahrkarten bitte normale, einfache, dreimal bitteschön danke fürs Aufwecken die Sitze sind einfach zu bequem eine Haltestelle, die schaffen wir noch bevor die Folge rum ist bitteschön die Prüfung war die schwerste dieses Jahr habe ich eine gültige Fahrkarte? vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss